Hallo und herzlich willkommen zurück bei der Mutti-Bären-Bande. So, jetzt haben wir es. Wir sind bei der 52. Folge unseres 100-Tage-Challenge. Heute ist der 6.11. um die Spiele des 1. gegen Zurich. Wir sind halt immer noch im Negativen, aber wir versuchen unser Bestes. Ihr habt nicht gelösend Mineralien. Ja, Zerg. Wir sagen, Zerg ist gerade jetzt, in dem Moment, absolute Hassgegner. Es ist irgendwie sehr schwer sie gerade zu besiegen. Für mich jedenfalls. Die vielleicht auch daran, dass, äh, Serral gewonnen hat und jetzt alle zacken. Nee, aua, trotzdem. Hm, ja. So, ich muss noch nicht zurück. Wir haben nicht gelösend Mineralien. Normaler Exo. Kein Pool. Das ist seltsam. Verarschen wir mal ein bisschen. Schön verarscht. So. Ihr habt nicht gelösend Mineralien. Ah, da war wirklich noch kein Pool. Jejejejeje. 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 Gut, das reicht. Jetzt müssen wir selber unsere Zeug hier konzentrieren. Ich hab' jetzt eigentlich schon mal nichts genommen. Äh, Gas. Jetzt muss ich hier nichts versemmeln. Ich hab' so'n schönen Vorteil da gekauft. Sollen wir das hier aber auch nicht verkacken. Ich bin hier in die Schatten. Und nun ist gut. Ich bin hier in die Schatten. Ich bin hier. Ich bin hier in die Schatten. Ich bin hier in den Schatten. Nun gut, ich schützt euer Begehr. Schade. Wir sind eins in den Schatten. Ihr seid auf mich angekalt. Das ist natürlich gescoutet. Aber nicht so weit er will. Das ist auf jeden Fall schon eine dritte. Ich habe nicht vergessen Pylonen zu bauen. Die Erstgeborenen werden auf sie... Eure Sonnen werden angegriffen. Forschung abgeschlossen. Es ist vorherbestimmt. Na, so total. Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. So soll es nicht strengerisch. So, wir bauen das noch. Wo geht's? So, gucken wir mal was er hat. Nichts. So, das ist alles, was er gebaut. Hypers als Grau. Mist. In gas. Prismakern online. Oh, der Norag hat es überlebt. Gut. Na. Mach das jetzt alles nicht. Was ist denn los? So. Wir haben nicht gegen Mineralien. Wir werden Racken. Wir werden Racken. Ich bin hier mit den Schatten. also die müssen wir ihnen versuchen abzureißen weil sonst sieht es schlecht aus für uns das ist doch so schlecht aus für uns wieder das kann einfach so echsen das nervt mich ein bisschen die 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 Ich bin hier. Was ist jetzt nicht auf der Vier? Was war es schon in seiner Army oder was? Also ich habe ja fast nichts verloren ey. Okay. Das war's für heute. Ich bin hier, in den Schatten. Ach, hab ich schon erforscht, ja, hab ich schon erforscht. Ich bin hier, in den Schatten, in den Schatten, in den Schatten. So, wir brauchen auf jeden Fall langsam mal was für den Kass. Ich bin hier, in den Schatten, in den Schatten. Ich bin hier, in den Schatten. Ich bin hier, in den Schatten. gg ok es geht doch gegen zerg da war jetzt auch nicht so gut wir nehmen immer wieder fahrt auf auf die a2 gut der war mal meister er hat auch ganz schön geäxt also dafür dass er so viel geäxt hat hat er nicht viel ressourcen gehabt ja der fehler war gleich am anfang so einen scheiß zu machen so weiter geht's hm so wie sieht's aus sind wir schon wieder positiv nein drei spiele müssen wir gewinnen dann sind wir wieder even wir haben mal Zeit hier ein ganzes niler ein ganzes rot würde ich hier nicht mehr sehen wir müssen gewinnen aber eigentlich müssen wir nur spielen so mal gucken wie wir spielen wir spielen gegen zerg schon wieder gegen zerg hm vielleicht machen wir jetzt mal einen richtigen kleinen rasch ihr habt nicht genügend Mineralien ihr habt nicht genügend Mineralien ihr habt nicht genügend Mineralien ja wie gesagt die Erkältung das geht einfach nicht weg aber egal spiel spiel ist als standard achso ohne Wüsten nicht vergessen keine Echse das war ja mies das war ja mies ich will auch hier mal Doppel-Echsen ich will auch hier mal Doppel-Echsen ob ich hier keine Memorien oder hab's gesehen haaa so dann müssen wir es eigentlich zu kriegen hier so ich muss trotzdem gucken ob er noch eine Echse hat ihr habt nicht genügend Mineralien ihr habt nicht genügend Mineralien ihr habt nicht genügend Mineralien nein du sollst es bauen verdammt ja kann ich dort die Echse oder ihr habt nicht genügend Mineralien da kommt ist die dritte Echse ja die zweite Echse also die Echse halt nein Adept ihr habt nicht genügend Mineralien nein nein ooooh Pech gehabt ehre den Daila das nächster ganz wie ihr wünscht ich bin die Stimme der Führung ja jetzt sind wir fertig was ist euer Begehr? was ist euer Begehr? ihr habt nicht genügend ihr habt nicht genügend Mineralien ihr habt nicht genügend Mineralien äh rum nein Was ist das? So, was spielt euch das schönes. Ich verstehe. Oh. What the fuck? Ich wollte das von mir. Wo lang sind wir da? Exakt. Einen Orakel hat es anscheinend erwischt. Das sind Wundlinge. Ehre den Daila. Ihr müsst zusätzliche Filone bauen. Erneut. Ich bin gerade hier noch mal in der Sonne. Habt ihr alles? Ich bin gerade hier. Ich bin gerade hier. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Nicht ein Phoenix gebaut. Dort. 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 Galaxis. Ich brauche auch noch so einen Linken. Für die Ehren. Teleportation. Oh, verdammt sich. Ich bin hier. Ich bin die Schatten. Ich bin die Schatten. Ich bin die Schatten. Nicht genügend Energie. Dann können wir schon mal das bauen. Was ist dein? Nein, nicht so weit vor. Forschung abgesucht. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Schon bei Minute 8 müssen wir langsam auf Upgrades gehen. Ihr habt nicht gelügend Mineralien fällt erschossen. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Mineralien fällt. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. Mein Leben für Ajoa. Mineralien fällt erschöpft. Ich bin hier. Ich weiß nicht was ich baue. Da kommt was. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Mooden. Oh, wie ich da hasse. Eure Sonden werden angegriffen. Überschmerzung ist abgeschlossen. Ich bin hier. Forschung abgeschlossen. Sie brechen durch. Erleuchtet mich. Nur wir. Erleuchtet mich. Entaro Tassala. Ihr benötigt mehr Lust der Konfession. Unser Seil. Uh, Wumlinge. Oh, was ist das denn? Ich bin hier. Wumlinge. 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 rennen wir rüber machen es platt so weiter geht es nächste gegner und ich komme mit herr an der kann ich mittlerweile gut sagt er jetzt und dann wird das hatte ich immer von terrain immer noch mal gegen zerg das ich glaube gefühlt 98 prozent aller spieler im spiel mittlerweile zerg weil es gibt den einen zerg nehmen das müssen alle zerg spielen die frage vielleicht doch ein bisschen zu hart ist und immer entschuldigung mal in den links bauen danach können wir mal Gas bauen und dann können wir da fahren gehen bist du schon da? oh schnell da oh Pool hat, wenn nicht, versuchen wir wieder Cannon Rush anzufaken kein Gas, kein Pool, kein Nischt gut, das reicht mir oh, du sitzt da ran, du baust mir meine Echse sonst gib mir nur meinen ihr habt nicht gelöst Mineralien ihr habt nicht gelöst Mineralien hihihihihi hihihihi der merkt nicht, dass es ne Verrasche ist, oder? Wer hat mir schon Gas? Guck mal, wenn er das tut. Hier tut er so ruhig. Was wünscht ihr? Ich bin... Ja, nicht. So soll es geschehen. Was wünscht ihr? Unser Denken bleibt nicht. Ne, weg! Das schaue ich nicht, ne. Ich habe mich jetzt nicht gesehen, was er gemacht hat. Das hätten wir echt nicht verlieren dürfen. Oh egal, nicht weiter wild. Also er weiß auf jeden Fall nichts von meinem... Ich bin... Ihr benötigt mehr Vespingas. Teleportation erfolgreich. Wofür wird sich der Fall... So... ... Ich brauche mal eine dritte. Gucken was er hat. Ich bin hier, in den Schatten. Das Zeitfenster ist klein. Erneut bin ich. Ich kann euch helfen. Die Basis wird angegriffen. Ganz wie ihr. Fight für den Kampf! Was mit dir sind? Einzelne Schatten. Mineralienfeld erschützt. Geblossen. Hier. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich sehe ihn. Wir haben eine in den letzten Jahren. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Was? Ich bin hier. Ich bin hier. Ich denke, er wird auch auf den Mooden gehen, wie im letzten Spiel der Typ. Ich bin mir viel zu viel Gas und habe vergessen, das Twilight zu nehmen. Jetzt müssen wir mal gucken, um was so geht. Mineralienfeld erschöpft. Ah. Ich spüge mich ab. Okay. Oh. Oh, nein. Ich bin hier in den Schatten. Ich habe die drei nicht genommen. Ich bin hier in den Schatten. 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 Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich sollte eigentlich jetzt nicht so viel haben. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Kalt ist die Leber. Wo wären wir gewacht? Ihr seid auf euch angewiesen. Wir sind eins mit den Schatten. Ach, das war dumm. Das war richtig geil. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin... Ihr habt nicht genügend Mineralien. Warum potenziell ich denn nicht so viel Ressourcen? Ihr habt nicht genügend Mineralien. Sehr weise. Ich bin das Karls der Finsternis. Wie? Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich bin hier in der Schatten. PVP ist halt nicht so meins. Ich bin die Stimme der Finstern. Ich bin die Stimme der Finstern. Was ist euer Karls? Eure Sonden werden angegriffen. Oh, ich hasse diese Flieger. Oh, ich bin hier in die Schatten. Na, kommt die Idee. Ich habe keinen Bock auf Flieger. Oh, schade. Eins hätte es gewesen. Das war schlecht von mir. Und die Eins-Spieler. Random. Mann, war das schlecht. Ja. Obwohl. Hätte man eigentlich weiterspielen können. Ja, obwohl hier. Ganz schön ein Einbruch drinnen gewesen. Da war nicht mehr viel zu holen. Das ist ein Scheiß-Orakel. Na ja, eins spielen wir noch. Oder? Was sagt denn der Timor? Ja, wir können noch eins, zwei spielen. Ich muss kurz um meine Freundin schreiben. So, wir können noch eins, zwei spielen. Haben wir ein bisschen Zeit. Es wird dann halt eine lange Folge. Wir randeln halt auch ewig. Oh, wieder random. Was sind die random-Spiele? Gut, lachen wir dran. Raze, Fragzeichen. Keine Raze. Terror. Terror. Ich verstehe halt, wie einfach nicht, dass man... Das Verbrot ist einfach scheiße. Wenn der zum Beispiel Zerg wäre, wäre so richtig kackpust. Ich verstehe halt, wie einfach nicht. Oh, oh, oh. Da kommt wohl ein Cyclone-Push. Hä, wo ist denn hin? Oh, oh. Das war's für heute. ich bin Ich bin hier, in die Schatten. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Geld. Ihr seid auf mich angewiesen. Kann natürlich blöd sein mit dem Cycling-Push. Wo sollte man eigentlich mit Triple Stalker safe sein? Was ist denn der Gas? Wo ist die Robo? Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Wo ist die Robo? Los! Ihr habt nicht genügend Mineralien. Shit. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Oh. Forschung abgeschlossen. Ja. Dies müsst ihr auf einen Vespin geysieren. Der Weg ist klar. Ja. Na sucht halt. Ich verstehe. Die Sterne stehen. Mhm. Unsere Schicksale sind vereint. Wir haben nicht genügend Mineralien. Ich bin hier in den Schatten. Und du warst dich. Ihr habt nicht genügend Mineralien. So, heute wei. Hier ist zusätzliche Pilonen gebaut. keine pelungen gebaut was dritte ist gut ach ich bau doch Pylonen verdammt Na? Ihr habt nicht gelesen wie Maradien. Jetzt kommt er. Shit, wo truppen? Ich bin hier. Ihr habt nicht gelesen. Ich bin hier. Die Maradienfeld erschöpft. Nicht gelesen. Ich bin hier. Lara, jaa.. Es ist schön. Ich bin hier. Ich bin hier in den Schatten. 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 Das sieht als Standard aus. Bei uns. Gucken wir mal, was der Gegner macht. Standard. Ein Gas, ein Gas reicht. Perfekt, mehr wollte ich nicht wissen. Das ist nichts, dann kommt's mal rein. Ich muss das schon übernachten, was ich auf den Knall steht. Ich habe die Kräger und die Kräger nur recht, ich bekomme keinen Knall. Ist das das auch, was ich nicht mir seen möchte? Wer hat die Kräger und ich habe das eine Kräger zu geben? Na, fuck. Hat uns gesehen. Hat uns gescoutet. Schon mal gut für uns. Ich bin der Schatten. Ich bin der Schatten. Ich bin der Schatten. Wir sind eins mit dem Schatten. Dies müsst ihr in einem Energiefeld platzieren. Ich bin der Schatten. Kalt ist hier. Lass unsere Feinde unsere Wut spüren. Das Ding, der kommt hier hoch. Niemand kommt da hoch. Ich bin der Schatten. Es muss ein Dom zu schämt werden. Wir haben den Kopf geschluckt. Ooh, Gaitz. Das ist ein Problem. So, danach nehmen wir ein Peiland Wollen die Robo auf jeden Fall hier mit hin Forschung abgeschlossen So, langsam mal ne Exo So, müssen wir auf den Sack gehen Oh, oh, oh Schnell weg Äh, Exo Main Wie kann ich euch helfen? Oh, oh, oh Shit, jetzt kommt Ihr müsst zusätzliche Kürbungen bauen Ich bin hier in die Schatten Fairer Dank, Choral Hier Ich bin hier Hier Beginne Das ist ja Nein 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 Oh, mir geht's Ihr habt nicht gelügend Mineralien Ihr habt nicht gelügend Mineralien Ihr habt nicht gelügend Mineralien Das steht noch vor der Tür Ihr habt nicht gelügend Mineralien Ich bin hier in die Schatten Ich bin hier Ich bin hier in die Schatten Nicht gelügend Energie Ich kann meine Exe nicht saturieren Ich bin hier Ich kann meine Exe nicht saturieren Jetzt kann ich es Hier benötigt wir Ihr habt nicht gelügend Mineralien Mein Leben für Ajo Ist das gut da? Ja, ist das gut da? Forschung abgeschlossen Ja Woran Jetzt kann ich Ajo Wenn Ich bin hier Also Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier In hier Ich bin hier Ich bin hier Ich bin hier So soll es geschehen. Für Ajuur. Beginne. Nicht das, das. Bündelt das Licht an. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Sock Naku ab. Forschung abgeschlossen. Nee, das war nicht. Wir werden... Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ajuur. So was boom upgrades. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Energie bei einem... Die nächste Exe. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr benötigt mehr bis Pin-Gas. Wohinmal lang so ein Sturm. Kassar, die Templar. Kassar, die Templar. Fairer Dank, Kural. Ihr benötigt... Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Ajuur. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ok, jetzt brauchen wir noch. Erschöpft! Grüne Bord! Ihr lügt! Eure Sonden werden kassiert! Nicht genügend Energie! Was ist denn mein Tod der Koloss? Soweit! Pylon wird angegriffen! Peradak Kural! Benötigen Unterstützung! Dieser Schweizer ist abgestattet! Abgraves durchgeführt! Wir sind abgestattet! Forschung abgeschlossen! Ich bin... ... Ich bin ganz aus delT leaves... Ich bin sehr ausgelöst! Ich bin ganz ausgeröst! Ich bin ganz ausgerichtet! Ich bin ganz ausgerichtet! Phasenkristalle aufgeruhen. Dies müsst ihr in einem Energiefeld platzieren. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr benötigt mehr Bespingas. Das Problem hat er jetzt schon viele Echsen wieder an. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ich habe gerade echt meinen Army verloren. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Elf. Ihr benötigt. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Mein Leben für Aju. Mein Leben für Aju. Nicht genügend Elf. Ihr benötigt. Mein Leben für Aju. Erneut diene dich. Ihr habt nicht genügend. Ihr benötigt mehr Bespingas. Ihr habt nicht genügend. Die Verschreibung ist abgeschlossen. Die Mineralien ist nur isoliert. Ihr benötigt mehr Bespingas. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Die Verschreibung ist abgeschlossen. tales Panzer. Turns mich nicht genügend Elf. Les Panzer. Mein Leben für Ajuar Mineralien fällt erschöpft Mein Leben für Ajuar Basis wird angegriffen Ihr benötigt mehr Ihr habt nicht Vermult Mein Leben für Ajuar Ihr habt nicht geliebt Mineralien Shit Kackpanzer Mein Leben für Ajuar Mein Leben für Ajuar Mein Leben für Ajuar Ja, of course Ich hab nicht geliebt Ich hab nicht geliebt da hat er auf jeden fall zu viel gehabt hätte wahrscheinlich zwischendurch ein bisschen angreifen sollen vor allem wo er seine army verloren hat oder die ganze zeit über mir das ist echt krass da war nicht schlecht aber richtig gut der tag der der aner ja sie ein spieler ich würde sagen ein kurzes spiel mal noch dann reicht es für heute ich glaube ich habe auch mal in den bilder oder ein bisschen verkackt sonst hätten wir es eigentlich geschafft und halt der erste koloss kam viel zu spät ich muss mir angewöhnen mal die rohwurf die vier zu legen gleich am anfang wenn ich sie baue schaffe ich irgendwie nicht naja natürlich als abschlussspiel gegen protos bin ich ja sehr begeistert von aber naja den kriegen wir kaputt los sie haben nicht genügend mineralien ihr habt nicht genügend mineralien mineralien wir arbeiten hier haben wir nicht genügend mineralien Prozent hier Prozent Prozent normal ist es schulden nicht gehen Sonne kommt nicht hoch. Schlecht. Doch kommt so. Kein Kennerwisch. Oh Mann. Ei, ei, wir haben eine Sonde gekriegt. Eure Sonden werden angegriffen. So, wir haben eine Konobus. Vielleicht war es zufrieden mit Konobust. Ihr habt nicht gelügend Mineralien. 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 Eure Sonden werden alles zusätzliche Pylonen bauen. Ich bin die Stimme. Ihr müsst zusätzliche Pylonen bauen. Schlecht. Schon eine Art Luz. Wir sind an. Ich bin das Herz der Finsternis. Wir sind an. Ich bin noch hierher. Oh Herr. Ich bin hier. In den Schatten. Du, Adunala. Ihr seid auf mich angekommen. Ich bin noch hierher. Quantisch. Zurück, 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 zurück. Na. Schade, mehr verloren ist eher schlecht. Ich bin hier in die Schatten, Anton. Was ist denn jetzt so? Ich bin hier in die Stimme der Füße, Beahle, im Namen der Hand. Wir sind eins in die Schatten. Ich glaube, wir machen Two-Way-Sole raus. Wir haben jetzt nur noch Gates. Und Unsterbliche. Ich leider nur noch ein kurzes Spielen kann. Ihr habt nicht genügend Mineralien. Nicht genügend Mineralien. Oh, echt jetzt? Erneut diene ich. Ich bin hier in die Schatten. 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 Ihr habt nicht gelügende Mineralien. Ich bin hier. Ihr habt nicht gelügende Mineralien. Mein Leben für Ajuar. Mein Leben für Ajuar. Oh, was ist denn nur mit dem Ruckeln? Wir haben ja Ressourcen. Mein Leben für Ajuar. Mein Leben für Ajuar. Das war's für heute. Tschi. DT's. Damit hab ich zwar nicht gerechnet. Aber er ist ziemlich schlecht mit seinem DT's. Ist er ziemlich schlecht umgegangen. So. Wir sind jetzt wieder kurz vor dir 2. Aber ich würde sagen, wir sehen uns in der Endcard. Und bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss. Euer Mutti Bär. So, das war's wieder mit der heutigen Folge mit den Mutti Bären. StarCraft 2. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen hoch machen. Wenn ihr uns noch nicht abonniert habt, könnt ihr uns auch gerne abonnieren. Und ansonsten, oben rechts habt ihr eine weitere Folge. Und unten rechts gibt's dann ein anderes Projekt. Dann würde ich sagen, noch einen schönen Abend. Und bis zum nächsten Mal. Euer Mutti Bär. Tschö, tschö. Dann,ues Kobe. Dann,ues